Was ist das für ein Vieh? Meine Nase juckt. Dich niesen! Wenn ihr durch diese Tür geht, werden sieben Wunder geschehen und der Himmel wird sich rot färben und dann wird er zu Eis erstarren und kommt ihr am Ende in die Halle, in der sich der Riese versteckt hält. Lady Emma, eine Sache noch bevor ihr geht. Der Riese war viel zu stark für uns, darum sind wir geflohen, aber einer der Männer hat es nicht geschafft. Wir haben versucht, ihn zu finden. Wir hörten Schreie und Kampfeslärm, sahen ihn jedoch nirgends. Ich hoffe, er lebt noch. Hoffen wir mal auch. Ich habe keine Karte von diesem Gebiet, ich habe zwei Möglichkeiten. Mal gucken, erst mal. Mach ich diese Tür auf. Nein! Puh, das war knapp. Das Vieh habe ich so gut wie nicht gesehen. Okay, was haben wir denn hier so? Angriff, Angriff mit Kampfkünsten, Angriff mit mystischen Künsten, Angriff mit Kampfkünsten. Wieso habe ich das zweimal? Die beschissenste Zahl aller Zahlen. Blockade. Jawohl. Nein, zu schnell. Zu schnell. Ja, manchmal ist es nicht gut, der schnellste zu sein. Du verfickte Acht. Boom. Down you go. Läuft ja super. Gut, dass ich gelevelt habe. Ich weiß, ich bin gut. Ich bin ja nicht so gierig. So, jetzt. Da ist ja noch einer. Okay, ich gehe nochmal zurück und gucke mir an, wie weit es da lang geht. Vielleicht ist ja hier irgendwo eine Karte. Verdammt. So. Da war ich nicht nah genug dran. Sonst hätte ich ihn überraschen können. Okay. Angriff und... Einfach mal Angriff. Der wird sowieso tot sein, bevor hier was losgeht. Blockade. Zack. Ein paar schöne Schläge, bitte. Oho. Gegner vernichtet. Blockade. Zim, zim. Zim, zim. Perfekt. Autsch. Unterstützt die Angriff. Bla. Überfordert mich nicht. Fast Stärke ab. Nicht gut. Nicht gut. Du verdammte. Ach, diesmal kriegst du mich nicht. Ich habe immer noch Halbträume von der Zahl, wenn ich an Endless Aid denke. Die Melancholie von Susu. Aihara. Hallo. Stirb. Okay, hier scheint es nicht so weit zu gehen. Vielleicht gibt es da einen Schatz am Ende. Ich werde mich hier auf jeden Fall gründlich ansehen. Angriff, 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 Angriff. Äh, gar nichts. Nicht mit mir, U8. Heute nicht. Ich erkläre dir den Krieg, U8. Läuft. Läuft. Nein, wie war das nochmal? Perfect. Blockade. Okay. Okay. Nice, nice. Nice. Erledigt. Down you go. Okay. So. Mhm. Hier geht es auch weiter. Hm. Gehen wir erstmal hier lang. Habe ich eigentlich schon gespeichert? Oh, da ist ein Schatz. Ähm. Hm. Für den Fall der Fälle nochmal. So. Hallo. Ist jemand zu Hause? Kann man hier was abbauen? Warum nicht? Wahrscheinlich, weil das noch eine Mission ist. Schatz. Wow. Habe ich gerade Ahnung zu bekommen, dass da noch irgendwo Monster raus. Ah, das sind sie ja auch. Oh, vom Teifled. Karte. Okay, dann kann ich mir das jetzt angucken. Ah, okay. Es ist egal, wo lang ich gehe. Das ist so ein Rundensystem. Wahrscheinlich ist da, wo es gelb eingezeichnet ist, der Raum, wo ich hin muss. Aber ich sehe mich erstmal hier oben. Ne? Let's do this. Let's do this. Angriff, Angriff, Angriff. Von tot ist das Vieh. Stopp' them here! Unterfordert. Ups. Da hab ich gepennt. Wickling. Macht sie fertig. Nice one. Flankenangriff. Damit sei die Geschichte. Bam. Bam. Tot. Sieg. Abschreuliche Exzentrale. Ja, ja, kannst du haben. Hab ich kein Problem mit. Hab ich kein Problem mit. Hallo. Wer strikt first wins. Okay, fast. Einfach Angriff wird schon schief gehen. Zu schnell. Perfekt. Und erledigt. Nice one. Toller Kampf. Weiter geht's. Und fertig. Zerfall zur Asche. LP gestiegen, AP gestiegen, bla bla bla. Ja, kannst du haben. Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Euch kennen wir doch. Hab ich auch kein Problem mit ein paar mehr zu verkloppen. Ach du Scheiße. Wenn ich mich da nicht übernommen habe. Okay. Angriff und Kampfkünsten 7. Angriff und Kampfkünsten 7. Schacht starten. Wir werden sie hier stoppen. 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 Zu langsam. Verdammt. Perfekt. Perfekt. Na. Nicht die Endloser Acht. Nicht mit mir. Was war das denn? Egal, es hat funktioniert. Boom. Boom. Und. Und. Und und so, ne? Könnt ihr auch mal zuschlagen. Genauso. Schön. Blockade. Macht sie fertig. Daneben. Daneben. Total daneben. Da ist es nicht drauf. Uh, Flankenangriff. Nicht gut. Ohnmächtig. What the heck. Perfekt. Boom. Wow. Krasse Sache. Okay. Macht sie fertig. Nein. Voll verfehlt. Wow. Was ist los mit mir? Jetzt penne ich ja. Mhm. Egal. Gewonnen. Die waren ja so schwer. Ich dachte, die lösen sich den Rauch auf. Wieso liegen da noch Tote? Hm. Kannst du auch haben. Kein Problem. So. Was gibt's hier noch zu holen? Hallo Jungs. Wie geht's so? Okay. Dann wollen wir mal. Let's do this. Damit hier mal ein bisschen Action reinkommt. Stehen wir mittendrin. So war das aber nicht geplant. Okay. Machen wir mal das. Und. Angriff mit Kampfgünsten. Na mal gucken, wie das läuft. Wo war's? Das Vieh hat geblockt. Nice. Einen hätten wir schon mal erledigt. Da war es nur noch einer. Autsch. Haha. Daneben. Das wird nicht genug Zielwasser bekommen. Blockade. Wupps. Okay. Langsam verpenne ich die Zeilen hier. Aber die kommen auch so oft. Autsch. Angriff. Angriff. Schlacht. Au. Die man ja wirklich schaden. Perfekt. Zu schnell. Verdammt. Egal. Hat gereicht. Perfekt. Zu langsam. Verdammt. Was ist los heute? Ich treffe ja nichts. Gar nichts. Absolut nichts. Egal. Ich muss stärker werden. Ich muss stärker werden. Okay. Erledigt. So. Was war das denn grad? Wurde ich anvisiert? Okay. Die Kellerhäuser machen wir auch noch Platz. Egal. Egal. Angriff. 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 We shall stop them here. Macht sie fertig. Nice. Perfekt. Nice. Perfekt. Nice. Perfekt. Very nice. How much? Was zum... Ich fag einfach nicht. Perfekt. 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 Verdammt. Perfekt. Nice. Schnelligkeit gestiegen. Ja, das ist wirklich sweet. Kannst doch haben. Kannst doch haben. Passt. So. Was gibt's denn hier? Ein Aubaupunkt. Dann los Pokémon. Selten ist Steam natürliches Öl. Was hab ich mit natürlichem Öl? Damit hab ich so viel. Das ist... Leichmetall. Okay. Da ist nur Müll. Vergessen wir das. Benutzen wir unseren Buddler nicht so oft. Vielleicht brauch ich den hier noch irgendwo. Kaboom. Hallo. Jemand zu Hause? Dieser Raum macht mir Angst. Er ist zu leer. Er ist zu verdammt leer. Und irgendwie erinnert er mich gerade an Hack. Dot Hackers. Sesam. Sesam öffne dich. Boom. Hauptsache ohne Spaß. Der kleine Junge schubst die... 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 Wo bist du zum Geier? Ah. Vielen Dank.